Der Ablink ist offline. Wir müssen ihn reaktivieren. Laut unserer Scanner ist der Imperator eingetroffen. Seid vorsichtig! Imperiale Einheiten voraus! Lando Calrissian ist hier, um für uns zu kämpfen. Wir haben die Ablink-Station unter Kontrolle. Verteidigt sie! Für die Rebellion! Zielerfassung des Y-Wing abgeschlossen. Bomber-Zielerfassung abgeschlossen. Überlegender Pfeifferwand voraus! Abflickstation ist online. Gute Arbeit. Und jetzt verteidigt sie sich. Vorsicht! Durch den Führerruf! Hier sind wir alle wieder. Wir müssen diese Uplinkstation um jeden Kreis halten. Wir haben die Uplinkstation aktiviert. Gute Arbeit. Abflickstation! Stoffe! Abflickstation! 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 Gute Arbeit. Wir haben den Ablenker gespielt. Wir haben einen Napa auf unserer Seite. Bomba gestartet und auf Angriffskurs. Wir haben den Ablenker gespielt. Wir haben den Ablenker gespielt. Der Abling ist tot. Unsere Y-Wings brauchen dieses Signal. Y-Wing hat den Kampfläufer als Ziel erfasst. Wir haben den Ablenker gespielt. 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 Geh, Geh! Geh, Geh! Das war's für heute. Y-Wing hat den Kampfläufer erfasst. Y-Wings im Anflug auf die Kampfläufer. Y-Wing hat den Kampfläufer erfasst. Y-Wing hat den Kampfläufer. 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 Ich bin hier. Wir müssen ihn neutralisieren. Verteil dich die Ablenkstation, sonst können uns die Y-Wings nicht helfen. Verteil dich! Der Kampfläufer ist nicht mehr ungeschützt. Untertitelung des ZDF, 2020